Kathi Hils, Krankenbett statt Party Kathi Hils, 29, ist schwanger, aber nicht krank, frei nach dieser Devise präsentierte sich die Ehefrau von Mats Hils, 28, auch in den vergangenen Monaten in hübschen Outfits bei diversen Veranstaltungen den Fotografen. Doch auch das fierteste Model wird bei diesem Herbstwetter mal von einem Infekt erwischt und so gab's statt dem Foto von einem weiteren glamourösen Auftritt am Sonntag auf Instagram ein Bild von einer sichtlich geschwächten Kathi im Rosa-Jork-Anzug. Warum sie der geplanten Veranstaltung fernbleiben muss, erklärt die Münchnerin so, leider hatte ich einen Infekt und darf deshalb erst in ein paar Tagen wieder fliegen. Ich wünsche allen die heute dabei sind ganz viel Spaß. Vielleicht kann ich dann nächstes Jahr wieder dabei sein, schreibt die tapfere Kathi Hils. Kathi und Fußball-Weltmeister Mats Hils sind seit zehn Jahren ein Paar. 2015 wurde in München Hochzeit gefeiert. Das erste gemeinsame Kind wird für Anfang 2018 erwartet. 2017 wurde in München verbreitet und in München huevolts befestigt. improchen mir